also weil wir ganz ganz viel dachten dass wir brauchen für das kann ich kann es nicht ich sollte erst herausfinden wie wir jetzt genau an mit herankommen weil eventuell müssen jetzt alles für diese kristalle machen dann bräuchten wir genauso viele wascher wie vorher für nur jules jetzt halt für kristalle also gucke ich mal hier nach sludge mineral sludge kommt aus slag slurry wie früher und das kommt aus slag und schiffelsäure oder oder mineral sludge kommt aus slag slurry oder slag slurry oder crystal slurry also ich ich kann es aus den kristallen machen oder ich kann es aus schlacke machen wie früher ja auch und die nodules sind einfach komplett weg crystal slurry kommen aus kristallen oh wie sind sie jetzt die schwindigkeiten angezeigt oder 2,4 crafting speed 1,25 crafting speed 3,75 also je kleiner desto besser ja macht sinn okay das beste wäre liquid feier für den job crystal dust und schwefelsäure crystal das ist ah das ist gut da können wir jetzt alle geioden egal welche farbe es auch ist einfach reinschmeißen und wir haben dieses krümel zeug und das können wir dann stacken und es kommen wieder steine raus ich glaube das ist unser schritt wir stellen hier überall kristalle her in den wir brauchen trotzdem noch die abstufung von der flüssigkeit für sand und limestone lehm und ja und dann darunter irgendwo werden dann die verschiedenen gionen die hergestellt werden zerstampft und wir bekommen dadurch auch steine raus und die steine können wir nutzen wo brauchen wir die steine also ja man kann aus mineralwasser und also ein zeug machen aber wir haben ja oben schon eine stein herstellung die wir heutzutage wenn ich gar nicht mehr brauchen wo ich dann halt unten herstellen gucken wir doch mal ja hier sind die steine für mineralwasser ja achievement kit und so wir könnten auch die schlacke runterschmeißen um slack story herzustellen ich meine was ist eine menge schlacke können wir beidseitig laufen lassen also auf der einen seite von der autobahn damit chris die schlacke slurry es muss sich die jetzt alle einstellen dass sie kristalle herstellen alternative war du bist richtig du bist das heavy mann worte die reihe hier ist wenn nee wir brauchen wir machen auf der anderen seite auch noch die machen wir nicht weil da die stromgewinnung ist okay also hier ist heavy-mutt-water generierung hier ist heavy-mutt-water generierung hier drunter ist das erste nicht heavy-mutt-water das wäre konzentriert man ist richtig das ist soweit richtig du bist jetzt konzentriert in mud water und wir brauchen nicht so viel von dem sinn und was auch immer denke ich mal das mache hier oben jetzt konzentriert und hier unten das nächste sind so du machst damit leid okay das heißt du brauchst jetzt das zeug was hier raus kommt hoch also warte macht mir so hier runter da raus so gut jetzt kommt hier leidmutt-water aus das schließen wir damit an das schließen wir und es kommt dann raus auch leidmutt-water ja konzentrierte kommt auf zwei seiten raus also müssen uns gar nicht hier abzwacken wir können es direkt von oben nehmen da so nämlich okay ihr habt doch alle schon die ärmchen für das matt zeug dass der wendel rauskommen könnte was jetzt anders aussieht oder kommen wir uns so vor dass sie unterschiedlich aussehen jetzt gleich ist der schatten so das heißt wir haben jetzt konzentriert in mud water das kommt da raus da runter da habe ich hier leidmutt-water und habe noch einmal in mud-water ich habe allerdings keine doch muschenblätter so und du machst jetzt in mud-water oder warum ist denn mit water für sand okay also brauchen wir definitiv das heißt wir bräuchten erst einmal water ja strom kriegst du auch da noch so wasser und dann das thin das wieder hier oben raus kommen kann ja ne warte naja ist okay dann hier einmal raus daran 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 gut und jetzt kommt das dünnste überhaupt daraus und daraus könnte man denn sand herstehen also ich glaube aus also hier sand da leben limestone und was auch immer aber das brauchen wir jetzt erstmal alles überhaupt nicht ich wollte den platz nur schon mal sichern sozusagen du kannst hier zerstören so konnte ich auch hier mit ne also also es gab einen trick das nochmal aufzuheben ich weiß nicht mehr wie steuerung halt na gut müssen die bots machen so auf der anderen seite brauchen wir das hier aber alles nicht aber ich denke wir werden nicht so viel nicht so viel matt und clay und sand brauchen können wir gleich mal gucken stromgewinnung gleich ja erstmal hier das alles rein das eventuell noch ein und gucken also das mit den ganzen verschiedenen wasserarten haben wir das läuft hier haben wir schon steaming smk2 wir können keine neuen herstellen ich war sehr ambitioniert wow ja kann man so machen so die funktionieren jetzt alle noch nicht das ist bis zu item requestler this is to indicate a request for construction bots to deliver an item to this entity right mouse button to delete the item request fehlter komisches grünes zeug komisches grünes zeug was 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 keine ahnung macht mal weiter ist okay also wir können keine neuen davon herstellen solange ich nicht hier die steam power dinger gebaut habe aber das ist ja nicht so so wild hier wären die wohl schon dreier stufen aber wir haben keinen kobalt das kann aufwarten also grün funktioniert charcoal produktion funktioniert charcoal fettel produktion funktioniert alles mit wasser funktioniert stromgenerierung funktioniert jetzt bräuchte ich die kristalle und da wir jetzt hier auf der höhe hier auf der seite noch platz haben kommen die kristalle auf die seite wofür ist das untergrund wurde für nichts aktuelles okay ja und leiden müssen wir auch deswegen nicht herstellen weil wir noch einen dezenten vorrat davon rumliegen haben alles weg gut okay dann brauche ich jetzt mal das neue da 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 habe ich dann oh nicht viele da fehlt rubber hm da hatte ich vorbereitet oder da ich glaube ein toller geru wer hat rubber vorbereitet so eine kleine mini anlage irgendwo ne das war für stein oder kann ich auch kurz hin und instant hey haha sehr gut kurz ausmisten mal spieler später ja also okay so das alles her und das ist jetzt der parkstreifen die kenne gleich mal sitzen und runter und runter da okay super die steine sind irgendwie ordentlich aus beton noch nicht viel oder so ein bisschen wie beschäftigt man ein giro für ein paar stunden straßen verlegen nee das ist falsch die waren da schon so richtig ja hier ist zu viel raumisch im weg das kann man nicht wirklich gut erkennen das müsst ihr bitte alle mal zerstören das weg das weg das weg ja hier sind die da resin aber so habe ich mir das nicht vorgestellt mhm cannot answer peter ja ok habe ich irgendeine gelbe kiste dabei nein uff stimmt wir hatten hier noch sowas putze ich projektkiste und hoch also schön dass ich die stonebrief jetzt habe und auch konkret aber so wirklich viel an der Autobahn wie ich eigentlich vor hatte kann ich dann doch nicht machen das heißt, das kommt mal alles rein, das kommt alles rein und das machen wir später, dich da hinweg ähm und jetzt lieber sinnvolle Dinge tun warum hältst du mir den Rubber vor und tust ihn nicht äh, egal du bitte hier und stattdessen das da kurz rein ich weiß, es sind keine Steine, die du gerade gewöhnt bist zu schmelzen, aber das brauchen wir gerade mehr das da für mk3-Poles das muss das nicht wichtig sein, sonst kann ich da gar nicht erst anfangen, irgendwas Neues zu bauen so, ich glaube das reicht erstmal ich muss aber unbedingt demnächst dahin wieder zurück also nächste Folge um, ach die Bots äh, um die restlichen Rubber abzuholen um ganz viele Polter vorzubauen ok und wenn das muss jetzt steht, sollten da jetzt die Washing Plants ran die Heavy Mudwater zu Kristallmano ja, also das ist eine Reihe für Heavy Mudwater Produktion, das ist die zweite Reihe von Heavy Mudwater Produktion ob ich die zur Anseite auch noch brauche, glaube ich eher nicht das heißt, wir machen hier jetzt schon mal auf der Höhe auf der Höhe die Kristallproduktion Abstand war oben 2 richtig 1, 2 ja 1, 2 1, 2 so, du stellst bitte hier Geos dafür brauchst du Wasser das haben wir passenderweise direkt hier vor Ort äh Untergrundbild da Wasser da weiter da runter hier runter bis da nicht genau bis ran da können wir es nämlich von hier aus so weiter verteilen das ist, glaube ich, besser ja ja äh und dann das Heavy Mudwater das kommt ja hier die Höhe ist doch gar immer so schlecht ah Mist das könnte jetzt eventuell mit der Lebenslinie ein Problem geben aber das muss ich in Gero Zunft da genau angucken so, du gehst bis hier und der geht hoch genau, Shift, Shift und die stehen jetzt irgendeines von den möglichen her so ganz schön viele, ganz schön schnell wie ich das sehe ja und die müssen jetzt alle abtransportiert werden und einen Crusher aber wir brauchen noch eine, zwei, drei davon und das alte Zeug muss weg und das neue muss daher alles weg also die Kisten ja, Bots das mache ich das mache ich das ganze Müll wieder und dich dahin dahin